Jets haben nicht nur Machenschaften in der Politik auffliegen lassen, sondern auch den Ex-BVT-Mitarbeiter Egisto Ott und dessen einstigen Vorgesetzten Martin Weiss als vermeintliche Spione für Russland entlarvt. Britische Strafverfolgungsbehörden stellten Jett-Verläufe zwischen dem geflüchteten Ex-Wirecard-Vorstand Jan Marsalek und einem inzwischen festgenommenen russischen Spion sicher. Aus ihnen geht hervor, dass Ott systematisch den russischen Geheimdienst mit geheimen, streng vertraulichen Tatsachen und Erkenntnissen aus dem Verfassungsschutz sowie personenbezogenen Daten aus Polizeidatenbanken versorgt haben dürfte. Noch am Ostermontag wurde die U-Haft gegen Ott wegen Verdunklungsgefahr verhängt. Sein Ex-Schwiegersohn, der auch am Freitag verhaftet wurde, kam hingegen auf freien Fuß. Wie die Krone erfuhr, hat Ott bereits ein Teilgeständnis abgelegt und er legte auch kein Rechtsmittel gegen die verhängte U-Haft ein. Das lässt darauf schließen, dass er möglicherweise einen Deal mit der Staatsanwaltschaft anstrebt. Auch in der heimischen Innenpolitik wird die Nachricht des Geständnisses für Unruhe sorgen. Denn Ott war auch bestens mit Abgeordneten vernetzt. Etwa mit den NEOS, der SPÖ, wo er aktives Mitglied war, sowie den Grünen. Ott versorgte Abgeordnete mit Informationen. Vor allem der Name des ehemaligen Grünen-Politikers Peter Pilz fällt da häufig. Ott und er sollen sich seit 2009 kennen. Jene Handydaten von einem Bootsunfall 2017, die Ott im Sommer 2022 an die Russen verkauft haben soll, landeten vorab im Online-Medium von Pilz. Auch der NEOS-EU-Spitzenkandidat Helmut Brandstetter traf sich mit Ott. Untertitelung des ZDF für funk, 2017